Musik Wir sind jetzt im Kulturpalast, wo die Veranstaltung stattfindet. Schauen wir uns das mal an. Neben mir steht Magda, die ein paar Fragen beantworten kann, da Mazda ja Leading Partner ist. Ich bin PR-managerin von Mazda in Poland. Wir haben die gleichen Werte, zum Beispiel für Mazda die Herausforderungen sind sehr wichtig. Wir definieren Konventionen. Und als Nobel Peace Laureate, sie sind einfach das gleiche. Sie lieben die Herausforderungen wie Mazda. Vielen Dank. Thank you very much. Thank you. So. Also, macht's gut. So, so. So. Bis zum nächsten Mal.